Ja, da es eben zum Schluss doch ein paar technische Schwierigkeiten gegeben hat, werden wir nun für die Kommunionkinder nochmal in besonderer Weise die Blumen und die Kreuzvererbungen nachholen, damit ihr auch wirklich eure Blume sehen könnt. Lukas, Silas, Paul, Nick, Eva, Pia, Maria, Leonhard, Lena, Moritz, Valerie, Merle, Eva, Julius, Emily, Sebastian, Lilly, Finn, Lena, Carla, Mark, Vincent, Hannah, Jonah, Jonas, Lukas, Jonas, Tessa, Paula, Philipp, Maximal, Luis, Dominik, Lili, Untertitelung des ZDF, 2020